Start. Start, Start, Start. Oh, ist nicht mal schnell. Sagt gleich wieder Start. Sieht auch schön pink aus. Ja, sehr hübsch. Waiting for other players. Und du fängst an, oder was? Ja. Da ganz links sind vier Würmer oben ein von deinen. Oh ne, Darkseid ist doch nicht viele Waffen, sondern eher wenig Waffen. Ja, ganz toll. Hast du schon die tollen Namen begutachtet? Ja. Ne, ich hab' ich mal so. Nicht das Karlsberg, das ist gut. Wie cool, der ist auch gut. Wie ist das denn hier? Was hat der denn? Stinktiere oder was? Na, der macht aber nichts. Trifft der nicht mal? Nein. Scheiße, ich hab' mich selbst vergiftet. Was? Zehn Schaden pro Runde, oder wie? Fünf. Ah, das ist gut. Da schaubst du dir jetzt mal. Ah. Mein Scientist. Ich hab' mich auchừng. Ich hab' die. Ich hab' mich in dieолотe, oder wie? Nun, die. Nein. Wow. Oh Gott, nicht so weit dahinter. Nein. Da ist nichts. Ah. Aha. Ja, hier, die Welt war. Das war ja ganz schön schlecht hier. Ah ja, nur so wenig Sachen. Ja, aber ne heilige Handgranate hier unten. Nein. Jetzt hat die Grafik ein bisschen besser gemacht. Die Schatten besser gemacht. Die Schatten auch immer sein mögen. Wie lange sind die vergriffen? Für immer? Ja, außer du sammelst einen Medi-Pack ein. Das ist ganz toll. Also wirklich ziemlich wenig Waffen, die man hier hat. Boah, was ist das denn? Ganz links stehen vier von deiner Würmer um einen von meinen. Der ist tot. Wahrscheinlich. Ich bin Fall-Damage noch. Oh! Bestimmt 60 vom Dynamite oder so. Und es laggt. Elfer dann. Oh! 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 Danke! Oh! 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 Wohin! Es war ein Angriff. Lachen wir es. Und dann... Es schloss von der Mitte. Anscheinend sterben die nicht an dem Gift, sondern behalten einen Lebenspunkt. Ich glaub das war früher aber auch so. Nicht das Astro, das schmeckt gut. Wer hol dir das Geld diesmal? Pfff... Was? Verletzt dich? Es war nur ein Kredit. Das ist natürlich praktisch. Kann ich mir natürlich Waffen kaufen? Ja. Halleluja... Was hat denn? Wasserpistole? Nein, eine Mine. Pfff... Das ist ein Leben. Hat nur 10 gekostet. Bip, 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 bip! Bip! Ähm. Pfff... Leb noch. Moment, ein Leben! Digger, die schubst du erst mal runter. Hey! Wow! Let me at him! Ist das ja ne Wand, ne? Ja. Hm. Kannst natürlich Kamikaze machen. Pfff... 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 Hallo. Ah, na gut. Der eine wär sowieso tot. Pfff... Hm... Hm... Do something! Ich hab's gesehen. Okay. Pfff... Oh Gott, hau ab. Oh Gott, hau ab. Pfff... Pfff... Hau ab. Pfff... 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 Hm, da stehe ich auch gut. Pfff... Hehehehe. Hm... Mahlo? Na da... Achtsuh! Ne... Wird doch nichts... Pfff... Das war ja schlecht. Haem! Pfff! Ha-ha-ha-ha! Da piept das hier erst mal? Ja. Erst mal Teeny-Torns vor dem Scheiß. Genau. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Nein! Bei den Geist mit dem dicken Wurm geworfen haben, war die Explosion noch mal extra groß. Hm. Ganz toll. Schönes Loch. Hm. Ich hab auch eine. Wo bin ich hier denn? Die hat man, von Anfang an. Die waren nur vier Runden lang gesperrt oder so. Na? Wieso rollt ihr denn weg? Egal. Weil sie nicht festliegt, weil es so eine Granate ist. Mann. Das war gut. Ich fühl immer noch. Ich hab einen Wurm mehr. Alles gut. Slowbro. Weißt du, warum er so heißt? Hihihihi. Hm. Wow, 128. War ja richtig gut, das Ding. Ja. Na, ist ja unfair hier. Deinen dicken Würmer. Ja, der Fette ist echt gemein. Den musst du mehr schnell töten. Ja. Eine zweimal gute... oder eigentlich mit einer richtigen Rakete. Einmal in seine... Ja. Easy going here. Ah. 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 Mein Grabstein ist hübser. Ah. 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 Der ist schon wieder da unten. Was ist das eigentlich? Der ist so hässlich. Scientist. Kann doch... Ach ja, mit dem Heilen war der das. Ja, genau. Na, da wird was. Ah. Lübser. Ist hier Heber noch irgendwo? Habe ich Heber nicht bekannt? Ist er schon tot? Scheint ist er schon tot. Ist noch Astra, Carlsberg und Rostock hier. Ein bisschen Schleichwerbung hier, ne? Ah. Hier ist auch nichts irgendwie. Granate... Ah ja. Wie gesagt, wir sind so doof. Muss ich klassisch machen. Ah. Ah, das wird reichen. So. Keine Füße immer noch. Gleich wieder Würmer. Würmer. Na, der hat nichts mehr da oben. Na? Los, poke. Stupst ihn einmal. Freut mich, bis dahin. Hm. Jetzt müsstest du deinen noch irgendwie treffen. Oh, Shotgun. Nein! Ah, ich glaub da komm ich immer noch nicht hoch. Hm hm. Ah, doch. Ach, sie ist da. Pfff. Das ist ein Sniper, ey. Hahaha. Ich muss da irgendeine Taste drücken, dann geht's weiter. Warte. Was ist denn da? Nix. Nein, gar nichts. Oh. Was? Hoist Chat? Warte mal gucken, was das gibt. Ich seh das gar nicht irgendwie. Ach, da unten seh ich's. Okay. Ähm. Ähm. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen unnormal hier. Hm. Pass auf. Zeig dir noch was. Kunststück. Hold on. Hm. Hm. Ah, fast. Genau die Spitze. Hm. Fast noch dein eigenes Gefühl. Was? Die beiden hab ich ja noch gemacht. Ach, Step und. Ostdocker. Ähm. Oh ne Granate. Hm. Kann man auch nichts gutes kaufen. Kann man auch nichts gutes kaufen. Kann man auch dahin gehen. Kann man auch dahin gehen. Pfff. Das wird auch nix. Das wird nix. Das wird nix. Was springt das denn? Ja, das ist hier. Oh, schade. Ich hab gedacht, das rutscht dann wieder runter. Aber nein, das läuft ja erstmal halb die Wand hoch. Komm her hier. Ups. Okay. Was haben wir hier? Naja, am effektivsten muss ich das zu sein, ne? Ist weg. Genau. Du schaffst jetzt irgendwie die Wand da hochzulaufen. Kannst du es ja probieren, ne? Na, ich mein links eigentlich. So, dass du dann drüber gucken kannst. Oh. Ist wieder scharf. Jep. Der geht so leicht. Das ist Musik. Da ist doch ein Fadenkreuz hier. Ja. Uuhu. Aber knapp. Ja, das war knapp. Ja. Ach. Ist er denn? Ein Film. Ja, der ist ja auch ein Maßstabbild da. Kommt ja nicht durch. Oh. Nee. Hm. Da muss er eben hochkommen. Anzeig das ja auch nicht, oder? Nää. Ehhhh Das klingt mehr nix Das ist jetzt von hellem Hoff Bei Nicht-Wind ist es extrem schwierig darüber zu kommen Das schaut da gut aus Das ist wohl sehr, weil diesen hellfielen Man kann sich einfach fallen lassen, automatisch Das weiß ich ja nicht Ja, jetzt muss ich erstmal da rüberkommen. Ja, das passt irgendwie zu meinem so... Ja, oder so. Ja, oder so. Aber, hm. Teleportierst du dich direkt vor euch? Danach bin ich ja bestimmt nicht mehr dran, ne? Nee. Der ist auf jeden Fall dran. Na ja, ja, ja. Typ. Da brauchst du mich eh nicht. Schafft das noch, Digga? Ich würde jetzt am liebsten deinen Einwurm da auf jeden Fall schon mal töten. Hat einen guten Schuss, ist er tot. Na, Schrotflinte soll's reichen. Na, Basuka macht nur 45 Schaden. Ach so. Aber Schrotflinte macht zweimal 25. Wenn du triffst voll. Ah, jetzt sitzt der da an der Lücke drin, ey. Kannste hinlaufen. Verrönten. Nein. Nein. Du hast mehr. Ne, ich hab mehr, glaube ich, ne? 86, was ist du? Ne, ich hab mehr. Ich hab über 100. Oh, nichts. Hm. Ein bisschen scheiße. Na, Dragon Ball macht ja bestimmt auch nur, weiß ich, 30, 40, 50. Drei Sächer. Ja. Ja. Eigentlich das steigste. Super, super. Shotgun zweimal. Na ja, gut. Hm. Erstmal muss ich zu dir hinlaufen. Nein. Na? Der guckt mich ja an, hau ab. Du riechst. So dicht schadest du dir selbst. Ja, passt schon. 66. Oh Gott. Ja, die war 80. Haha. Jetzt hab ich mehr. Hm. Äh. Oh, es leckt ey. Wie übel ey. Juhu. Ich hab gefunden. Hahaha. Hahaha. So ist gut. Victory! Hahaha. Grüße. Bis zum nächsten Mal.